Moin Leute und herzlich willkommen bei Nilsson1489. In diesem Video möchte ich mit euch über das Thema sprechen, wofür brauche ich eine Capture Card? Ja, und welche Arten von Capture Cards gibt es überhaupt? Beziehungsweise, welche ist denn die richtige für mich? Ihr wollt regelmäßig neue Videos rund ums Thema Streamen oder Aufnahme für YouTube sehen, dann abonniert den Kanal. Wer den Kanal abonniert, vergesst nicht, die Glocke zu klicken, damit ihr auch jedes neue Video direkt als Benachrichtigung bekommt. Ja, die Frage ist natürlich, was ist eine Capture Card und wofür brauche ich eine Capture Card? Eine Capture Card an sich ist ein Gerät, welches euch ermöglicht, ein Videosignal von einem anderen Gerät, zum Beispiel einer Playstation, einer Xbox, einem Nintendo, einem anderen PC, einer Kamera, also allen möglichen Geräten, die Videosignale wiedergeben über HDMI, aufzunehmen, auf dem Capture Card selber oder dem PC, an dem ihr die Capture Card angeschlossen habt oder in dem ihr die Capture Card verbaut habt, zur Verfügung zu stellen. Sprich, mit der Capture Card könnt ihr halt Videosignale aufnehmen oder sie im PC benutzen und dort mit anderen Programmen weiterverarbeiten. Ja, damit kommen wir dann auch zu der Frage, wofür brauche ich überhaupt eine Capture Card? Ihr braucht eine Capture Card, wenn ihr zum Beispiel das Videosignal von eurer Playstation aufnehmen wollt oder von eurer Xbox oder wenn ihr eure Kamera am PC anschließen wollt. Also im Endeffekt braucht ihr eine Capture Card, wenn ihr ein Videosignal weiterverarbeiten wollt. Und da kommt jetzt natürlich die Frage, und das lese ich auch immer ganz oft in den Kommentaren, ja, aber mein PC hat doch HDMI-Anschlüsse, da kann ich doch meine Playstation einfach an den HDMI-Anschluss von der Grafikkarte oder vom Mainboard anschließen oder auch mein Laptop hat einen HDMI-Anschluss, da kann ich doch einfach die Playstation anschließen mit dem HDMI-Kabel, dann kann ich doch das Videosignal auch abgreifen. Nein, alle HDMI-Anschlüsse, die ihr an eurem PC habt, sei es am Mainboard, sei es an der Grafikkarte oder an eurem Laptop auch die HDMI-Anschlüsse, das sind alles Ausgänge, das sind keine Eingänge. Ganz wichtig, dort könnt ihr Monitore anschließen, um etwas anzuzeigen, ihr könnt aber kein Bildsignal in den Laptop oder PC einspeisen. Dafür braucht ihr eine Capture Card. Und die Capture Card bietet euch nämlich die Möglichkeit, einen Eingang für euer Videosignal bereitzustellen, um dann das Videosignal zu verarbeiten. Wenn ihr natürlich auf eurem PC streamen wollt oder aufnehmen wollt und ihr benutzt nur einen PC, dann braucht ihr keine Capture Card, denn ihr könnt intern im PC selber das Videosignal, sprich euer Gameplay zum Beispiel, einfach aufnehmen. Dafür braucht ihr nicht extra noch eine Capture Card. Die Capture Card ist wirklich nur sinnvoll und dafür ist sie auch wirklich gut, wenn ihr ein weiteres Gerät habt, zum Beispiel einen zweiten PC, eine Playstation, also ein weiteres Gerät, von dem ihr das Videosignal verarbeiten wollt. Dann macht eine Capture Card Sinn und dann solltet ihr auch eine nutzen. Es gibt Möglichkeiten, alles Mögliche ohne Capture Cards zu machen. Qualitativ bietet eine Capture Card, aber den Vorteil, dass in dieser Karte selber ein Codec verbaut ist oder ein kleiner Prozessor. Und dieser kleine Prozessor führt dazu, dass das Videosignal entweder raw, also unkomprimiert und in voller Qualität bereitgestellt wird oder aber schon ein bisschen vorverarbeitet wird und somit die Last von eurem PC nimmt. Also der PC braucht nicht mehr so viel Rechenkraft oder Rechenpower, um das Videosignal weiter zu verarbeiten. Außerdem ist die Qualität einer Capture Card halt im Bezug auf andere Dinge wie, sagen wir mal NDI oder Playstation Remote, schon wesentlich besser. Dann kommen wir eigentlich auch schon zu der letzten Frage. Welche Arten von Capture Cards gibt es überhaupt? Im Endeffekt gibt es zwei Kategorien von Capture Cards und zwar die internen Capture Cards und die externen Capture Cards. Ich werde euch das Ganze mal anhand von zwei Capture Cards erklären. Und zwar sind das einmal die Avermedia Live Gamer 4K. Das ist eine interne Capture Card. Und dann habe ich hier noch die Avermedia Live Gamer Extreme 2. Das ist eine externe Capture Card. Beide bereitgestellt von Avermedia. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, also haben wir eine interne und eine externe Capture Card. Was sind dort die Unterschiede? Im Endeffekt bedeutet das die interne Capture Card. Fangen wir mal bei der internen Capture Card an. Das ist diese hier, die Live Gamer 4K. Okay, interne Capture Cards baut ihr in den PC ein. Dafür braucht ihr ja einen Desktop-PC, einen Laptop einbauen. Das geht nicht so wirklich. In einen Desktop-PC baut ihr die ein. Und zwar setzt ihr die als, ja, Extension Card, werden die direkt auf dem Mainboard verbaut. Und je nachdem, was für eine interne Capture Card ihr habt, brauchen die halt einen bestimmten PCI-Express-Slot. Da gibt es Unterschiede. Und zwar zum Beispiel gibt es interne Capture Cards, die bis 1080p gehen. Die gehen auf PCI-Express vierfach, bin ich der Meinung. Ich glaube, die gehen sogar auf den Einfachstecker. Das kommt immer aufs Modell drauf an. Bei den 4K-Capture Cards braucht ihr natürlich schon ein bisschen mehr Bandbreite. Das heißt, ihr solltet euch immer vorher, bevor ihr eine interne Capture Card kauft, solltet ihr euch informieren, direkt bei der Capture Card, was für einen PCI-Express-Anschluss diese Capture Card braucht. Und dann solltet ihr schauen auf eurem Mainboard, ob genau dieser PCI-Express-Anschluss auf dem Mainboard noch frei und verfügbar ist, sodass ihr die Capture Card halt auch einbauen könnt. Generell haben interne Capture Cards einen HDMI-Eingang und einen HDMI-Ausgang. Das ist eigentlich über alle Modelle hinweg meistens das Gleiche. Es gibt auch interne Capture Cards, die haben mehrere Eingänge, aber so grundlegend ist das ein Eingang, ein Ausgang. Bedeutet, an den Eingang könnt ihr dann euer Videoaufnahmegerät anschließen, zum Beispiel eine PlayStation oder eine Xbox. Und an den Ausgang schließt ihr dann einen Monitor an, sodass das Videosignal in die interne Capture Card reingeht. Ihr könnt es auf dem PC verwenden und beim Ausgang geht es raus und wird auf eurem Monitor angezeigt. Das heißt, ihr könnt euer Gerät, was ihr aufnehmen oder streamen wollt, halt weiterhin wie gewohnt verwenden, auf einem Bildschirm. Und seht dort das Bild, habt das Bild aber gleichzeitig im PC zur Verwendung. Bei einer externen Capture Card sieht das Ganze ein wenig anders aus, zum Beispiel halt wie bei dieser Live Gamer Extreme 2. Die externen Capture Cards sind fertige Geräte, die ihr einfach neben eurem PC oder Laptop stellen könnt. Diese Geräte sind dann zum Beispiel auch für einen Laptop sehr sinnvoll. Und die werden dann auch einfach an euer Video-Gerät angeschlossen, sprich, die haben einen HDMI-Eingang und einen HDMI-Ausgang. Genauso wie bei der internen Capture Card schließt ihr dann euer Video-Gerät oder Video-Signal, die Playstation, die Xbox, einfach per HDMI-Kabel an den Eingang ein. Und vom Ausgang geht dann ein HDMI-Kabel an einen Monitor, sodass ihr euer Gerät, wie die Playstation oder Xbox, weiterhin ganz normal verwenden könnt. Aber das Capture-Device, die Capture Card, die sitzt halt dazwischen, greift das HDMI-Signal ab, also das Video-Signal und auch das Audio-Signal, was über HDMI kommt, und stellt das Ganze dem PC bereit. Jetzt fragt ihr euch, wie stellt es denn das Signal dem PC bereit, wenn nur HDMI reingeht und HDMI raus? Da ist es mit dem PC an euch verbunden, wenn es extern ist. Dafür sind USB-Anschlüsse. Und diese Capture Cards, die haben einen USB-Anschluss, mit dem ihr das Ganze mit dem PC koppelt. Und dann könnt ihr auf dem PC auch ganz normal das Video-Signal nutzen und weiterverarbeiten. Da gibt es Unterschiede. Und zwar gibt es Capture Cards, die 1080p captchern. Es gibt Capture Cards, die nur 720p captchern. Das waren so die ersten mit damals. Dann gibt es aber auch Capture Cards, die schon bis zu 4K verarbeiten können. Die Live Gamer Extreme 2 zum Beispiel, die kann zwar kein 4K aufnehmen auf dem PC und es dort zur Verfügung stellen, es kann aber 4K verarbeiten. Sprich, wenn eure Konsole 4K Bildmaterial sendet, wird das durchgeschliffen, in einem Ausgang bereitgestellt. Das heißt, ihr könnt auch einen Monitor ganz normal weiter mit 4K benutzen, solltet ihr einen haben. Und wandelt das intern in 1080p um und stellt das dann dem PC in 1080p bereit. Sowas macht Sinn, wenn ihr eigentlich nur 1080p braucht. Sprich, wenn ihr zum Beispiel streamt auf Twitch, da braucht ihr kein 4K Bildmaterial fürs Streamen. Das macht gar keinen Sinn. Da braucht ihr nur 1080p oder halt sogar nur 720p, wenn ihr es runterskaliert. Ihr aber in 4K zocken wollt. Dann macht so eine Capture Card sehr viel Sinn. Denn wenn ihr eine 1080p Capture Card benutzt und ihr schließt diese an eure Playstation oder Xbox an, dann regelt die Playstation oder Xbox runter auf 1080p. Denn bei HDMI ist es so, dass immer das Gerät mit der niedrigsten Auflösung alle anderen Geräte beeinflusst und deren Auflösung auch runterstellt. Ja, dafür wäre dann so eine externe Capture Card mit 4K Pass-Through, nennt man das, zum Durchschleifen, sehr sinnvoll. Ja, aber im Endeffekt müsst ihr halt bei einer externen Capture Card beachten, dass euer PC den benötigten USB-Anschluss frei hat. Bei den 1080p Capture Cards, die ein bisschen Delay haben und vielleicht auch nicht so eine hohe Qualität bieten, die haben noch USB 2. Das wäre der weiße USB-Stecker. Die brauchen nicht so eine hohe Bandbreite, deswegen geht das noch mit USB 2. Bei den neueren Capture Cards, die brauchen aber alle USB 3 oder USB 3.1 sogar. Das heißt, bitte informiert euch vorher auf der Seite der Capture Card, welchen USB-Anschluss diese Capture Card genau benötigt und schaut dann nach, ob euer PC oder Laptop so einen USB-Anschluss und auch den USB-Controller, also ihr solltet wirklich in der Anleitung oder in der Beschreibung des PCs gucken, was für einen USB-Controller dieser PC benutzt. Dass so ein Anschluss frei ist, damit ihr auch keine Bildunterbrechungen habt, damit ihr überhaupt ein Bild bekommt, weil wenn ihr zum Beispiel eine USB 3 Capture Card an USB 2 anschließt, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich einfach gar kein Bild auf dem PC bekommen. Und ihr wollt natürlich auch keine Lacks haben, heißt, wenn die Bandbreite des USB-Controllers zu niedrig ist für die Bandbreite, die die Capture Card benötigt, dann wird das nicht so gut hinhauen. Also informiert euch immer vorher am besten, was genau für Anschlüsse braucht die Capture Card und was für Anschlüsse habe ich zur Verfügung, damit ihr da keinen Ärger habt. Ja, damit haben wir dann auch alle Fragen geklärt. Und zwar, was ist überhaupt eine Capture Card? Wofür brauche ich eine Capture Card und welche Arten von Capture Cards gibt es? Ich habe euch genau erklärt, welche Art von Capture Card man für was benutzen sollte. Und sollten euch die Capture Cards, die ich in diesem Video vorgestellt habe, interessieren, dann schaut mal in die Videobeschreibung, da habe ich die Capture Cards verlinkt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch auf jeden Fall einen Daumen hoch da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao, ciao! Ciao, ciao!